Morgen werden die Nominierungen für das Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres bekannt gegeben und natürlich auch die entsprechenden Empfehlungslisten. Und der eine oder andere Content Creator hier auf YouTube hat mal wieder orakelt und ich habe das Ganze wieder für euch zusammengefasst. Auf geht's! Schwach, Leute! Wirklich schwach! Es haben extrem wenig Content Creator dieses Jahr das Spiel des Jahres und das Brettspiel des Jahres orakelt. Ich musste kaum Videos gucken, aber ein paar Videos habe ich natürlich trotzdem geguckt und ich fasse euch das Ganze hier einmal zusammen. Ich sage euch, wer wie gewotet hat und welche Spiele ja die meisten Votes bekommen haben und dann gucken wir mal nach der Spiel des Jahres Nominierung, ob das denn auch so eingetreten ist. Und ich würde sagen, wir gucken uns als erstes Mal das Spiel des Jahres an. Für das Spiel des Jahres orakel habe ich sechs beziehungsweise acht Kanäle gefunden, die einen Tipp abgegeben haben, die ihre Empfehlungen auch abgegeben haben. Und mit dabei sind Abenteuer-Brettspiele, Better Board Games, bei dem auch der Dennis von Brettspielmagie und der Flo von Get On Board zu Gast waren. Das sind quasi also drei Kanäle, muss man im Grunde genommen sagen. Dann haben wir Bretman am Start gehabt, Brettspielbox hat auch wieder orakel abgegeben. Die Garde, also die Brettspielgarde hat wieder orakel abgegeben mit Mipelinchen zusammen und Hunter & Friends, der gute Hunter, hat auch ein paar Tipps abgegeben. Ja, und jetzt gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Und im Ende wollen wir natürlich wissen, hatte YouTube recht, hatten die Content Creator recht beziehungsweise, ja, gewinnt das Spiel, was auch jetzt hier die meisten Stimmen bekommen hat. Ich mag es bezweifeln, aber gucken wir dann einfach mal, wenn die Nominierungen raus sind. Insgesamt wurden 35 Spiele vorgeschlagen als, ja, heiße Kandidaten zur Nominierung, aber auch als Empfehlung. Das Ganze ist ja in den Videos immer so ein bisschen verwaschen, also das verschwimmt. Viele Kanäle zeigen einfach dann auch einfach sehr viele Spiele aus dem Jahrgang, die irgendwie gut sind, die ihnen gefallen haben. Und am Ende gibt es vielleicht nochmal so eine Top 3, bei denen gesagt wird, ja, okay, das sind jetzt die Nominierungen. Aber wir schauen einfach mal, ja, welche Spiele jetzt hier quasi am meisten genannt worden sind. Insgesamt waren es 82 Votes, ja, über diese sechs Kanäle. Also das heißt, diese sechs Kanäle haben in Summe 82 Spiele, ja, vorgestellt oder auch, ja, präsentiert, bei denen sie vielleicht glauben, dass sie Potenzial zum Spiel des Jahres haben. Und jetzt schauen wir mal, welche Spiele denn eigentlich die meisten Votes haben. Und dann gucken wir vielleicht auch mal, welche Spiele ich da vermisse, weil tatsächlich gibt es ein Spiel, was ja gar nicht genannt worden ist. Und ein paar Überraschungen haben wir auch in den ersten Plätzen, in den oberen Plätzen. Ja, wir fangen einfach mal mit dem Spiel an, was die meisten Stimmen bekommen hat. Und das ist tatsächlich Trio. Trio hat sechs Stimmen bekommen, also bei sechs Kanälen wurde es sechsmal genannt. Dann haben wir Emlem. Emlem hat fünf Stimmen bekommen, also bei sechs Kanälen haben fünf Kanäle, von sechs Kanälen haben fünf Kanäle dieses Spiel mit in die Liste genommen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, welcher von den Kanälen es nicht mit in die Liste genommen hat, denn, ja, ist auch für mich tatsächlich einfach eine safe Nominierung. Es ist wirklich ein sehr cooles Game, was wirklich viel Spaß macht. Dann haben wir The Same Game mit vier Stimmen, Sky Team mit vier Stimmen, Schnitzeljagd mit vier Stimmen, Ready, Set, Bet mit vier Stimmen. Wir haben Mycelia mit vier Stimmen, Harmonies mit vier Stimmen. Und dann geht es weiter mit den Spielen, die dann nur noch drei Stimmen haben, die dann ja so im Mittelfeld landen. Und da habe ich mich ein bisschen gewundert, da zum Beispiel Five Towers ist dann nur mit drei Stimmen dabei. Und ich finde ja, Five Towers ist ein unglaublich geniales Spiel, muss ich sagen. Das hätte ich safe genannt und ich würde mich wirklich wundern, wenn das nicht nominiert werden wird. Aber, ja, weiß man immer nicht so genau, wie die Jury das am Ende sieht. Aber für mich ist Five Towers eine meiner drei Titel, bei denen ich glaube, dass sie nominiert werden. Dann haben wir sogar Bonsai genannt. Und da muss ich auch sagen, das ist eher so eine Überraschung. Die, ich dachte auch tatsächlich am Anfang, es wäre gar nicht drauf gewesen, aber es hat tatsächlich doch drei Stimmen bekommen. Und ich würde Bonsai auch viel höher ranken. Bonsai ist der zweite Titel auf meiner Liste, bei dem ich sagen würde, dass es auf jeden Fall nominiert, das wird auf jeden Fall nominiert werden, dass es auf die Empfehlungsliste kommt. Ich glaube, das ist relativ klar. Schauen wir mal. Ja, und da gibt es noch weitere Spiele, die dann tatsächlich einfach drei bis zwei Stimmen bekommen haben. Dann vielleicht nochmal kurz, gibt es ein Spiel, bei dem ich glaube, das hätte öfter mehr Stimmen bekommen müssen von den Spielen, die irgendwie nur eine Stimme bekommen haben. Ja, da haben wir Triketter zum Beispiel ist dabei, mit einer Stimme auch nur. Das wurde nur einmal genannt. Glaube ich auch, dass das sehr gute Chancen hat, nominiert zu werden. Aber man merkt auch schon so ein bisschen, oder habe ich zumindest das Gefühl, dass die etwas älteren Spiele, ja, die quasi früh im Jahrgang rausgekommen sind, weniger Nominierungen bekommen, weil sie nicht mehr so präsent bei den Leuten sind. Wobei ich mich gewundert habe, dass zum Beispiel FTW drei Stimmen bekommen hat hier, bei den YouTube-Kanälen. Also nur zwei Kanäle hatten dieses Spiel nicht auf dem Zettel. Und ja, dann gibt es hier tatsächlich auch ganz viele Spiele, die ich selber alle noch gar nicht gespielt habe. Und da würde ich mich dann überraschen lassen und würde mir auf jeden Fall, falls sie auf der Empfehlungsliste stehen oder wenn sie nominiert werden, die Dinger nochmal angucken und euch dann auf jeden Fall auch nochmal hier auf dem Kanal präsentieren. Das ist zum Beispiel sowas wie, ja, eine Tüte Chips oder Kites habe ich auch nicht gespielt oder Café Barista. Das sind alles auch so Spiele, die hier mit einer Stimme genannt sind. Und von den oberen muss ich sagen, ja, ich habe Sky Team nicht gespielt, weil es ist halt ein kooperatives Spiel zu zweit, ist tatsächlich einfach nicht mein Ding. Ich glaube schon, dass es wirklich ein sehr gutes Spiel ist. Und ich glaube auch, es wird nominiert. Das ist mein dritter Guest von den Nominierungen. Auch wenn ich es tatsächlich selber nicht gespielt habe, aber ich habe so viel von gehört. Ich habe es mir auf der Messe angeguckt. Ja, da glaube ich schon, dass das nominiert wird. Dann habe ich mich ein bisschen gewundert, dass Ready, Set, Bet so hoch im Kurs ist bei uns Content Creators. Sondern es ist einfach ein Glücksspiel. Es ist einfach, ich finde es, es ist ganz nett, es macht irgendwie Spaß, aber ich finde, es hat nicht viel mit einem Spiel zu tun, weil es hat einfach dieses Casino-Feeling. Es ist eigentlich ein Casino-Game, muss man sagen. Es ist Pferde-Wetten und, ja, muss ich sagen, finde ich ein bisschen schade, dass das tatsächlich auch so supported wird. Ich finde es nicht so cool. Mir macht es zwar auch ein bisschen Spaß, aber ich weiß ganz genau, ja, so dieses Glücksspiel-Ding, das ist eine Geschichte, die man halt vorsichtig behandeln muss, meiner Meinung nach. Ja, und so sind wir bei dem Spiel des Jahres, glaube ich, jetzt einigermaßen gut im Bild. Meine drei Nominierungen, bei denen ich glaube, dass sie nominiert werden könnten, sind Bonsai, Five Towers und, was hatte ich gesagt, Sky Team. Ich würde mir aber tatsächlich wünschen, dass auch so Spiele wie zum Beispiel, ja, passt nicht, was ja eigentlich ein relativ einfaches Spiel ist, was auch relativ hässlich ist, in so einer super unscheinbaren Packung, wenn das nominiert werden würde oder auf die Empfehlungsliste kommen würde, weil es ein wirklich tolles Spiel ist, eine tolle UNO-Alternative bietet. Ja, und so haben wir, glaube ich, einfach, wir haben einfach bei dem Spiel des Jahres oder bei der Spiel- und Jahresempfehlungsliste, gibt es so viele Möglichkeiten, Spiele draufzusetzen, weil der Jahrgang auch einfach wirklich wieder richtig gut war, muss ich sagen. Dann kommen wir zum Kennerspiel des Jahres und auch auf der Kennerspiel des Jahres-Liste haben wir wieder richtig viele coole Titel und auch hier haben wir den einen oder anderen Content-Creator auf YouTube gehabt, der sein Orakel abgegeben hat. Es war tatsächlich ein Kanal mehr, beziehungsweise ja, zwei Kanäle sogar, denn es haben sieben Kanäle mitgemacht dieses Jahr. Einmal haben wir natürlich wieder Abenteuer-Brettspiele, der auch schon beim Spiel des Jahres dabei war, auch Better Board Games mit Flo und Dennis von Brettspiel-Magie und Get on Board waren auch wieder dabei natürlich. Dann der Bretman hat auch Kennerspiel des Jahres-Orakel, Brettspiel-Block hat auch Kennerspiel des Jahres-Orakel, hat leider kein Spiel des Jahres-Video gemacht, zumindest habe ich das nicht gefunden, es war irgendwie angekündigt. Ja, aber zum Zeitpunkt jetzt der Aufnahme hatte ich keins, ja, ich habe keins gefunden, was ich mir angucken konnte. Schreibt gerne mal in die Comments, falls ich das irgendwie übersehen habe und schreibt mir mal den Link dazu, dann gucke ich mir das auch gerne nochmal an und schaue dann, ja, dass ich die Statistiken nochmal erweitern kann. Dann haben wir die Brettspiel-Box natürlich, die Brettspiel-Garde und Hunter & Friends, ja, die drei Kanäle haben dann auch noch Orakelt. Also die meisten Kanäle, die das Spiel des Jahres-Orakelt haben oder Kennerspiel des Jahres-Orakelt haben, haben dann auch natürlich den anderen Teil dann auch Orakelt. Aber insgesamt, ja, ist es wirklich mau. Letztes Jahr war es deutlich mehr, haben deutlich mehr Kanäle ihren Tipp abgegeben und waren vielleicht ein bisschen heiß darauf, auf die Nominierungen und das zu erfahren. Ja, diesmal ein bisschen wenig. Insgesamt waren das dann von diesen sieben Kanälen 99 Votes, also 99, ja, 99 Mal ein Spiel präsentiert, 99 Mal ein Spiel gezeigt, was besonders gut ist in dem Jahrgang, was man empfehlen kann, was vielleicht nominiert werden könnte. Und wir haben insgesamt 43 unterschiedliche Spiele dann in diesem Jahrgang, die da hier auftauchen auf diesen Kanälen mit unterschiedlichen Anzahlen von Votes. So, jetzt kommen wir zu den Spielen, die sehr viele Stimmen bekommen haben, nämlich, ja, die Maximalzahl an Stimmen. Und das erste Spiel ist The Vale of Eternity. The Vale of Eternity, ein super cooles, kleines Kartenspiel, bei dem wir Karten ziehen, uns eine Engine aufbauen, Karten, ja, legen in so einem Fantasy-Setting mit so, ja, mystischen Figuren und einen ziemlich coolen und cleveren Ressourcenmechanismus, bei dem wir, ja, unterschiedliche Ressourcenwertigkeiten haben und diese Ressourcenwertigkeit von diesen Chips mit diesen unterschiedlichen Wertigkeiten dürfen wir aber nur eine bestimmte Anzahl haben und dann, ja, müssen wir schlau mit unseren Ressourcen umgehen und die schlau tauschen, was wir auch durch Kartenfähigkeiten machen können und so. Ja, mit einem ziemlich coolen Kartendrafting-System, ein sehr cooles Spiel und ich verstehe, warum dieses hier sieben, ja, sieben Nominierungen bekommen hat, so nenne ich es jetzt, aber ich muss, glaube ich, sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für das Spiel des Jahres nominiert wird. Ich glaube, das Spiel ist tatsächlich in Summe nicht reif genug. Es macht Spaß, aber ich glaube, ja, für ein Kennerspiel, klar, die Spiele des Jahres oder die Kennerspiele des Jahres sind natürlich auch immer ein bisschen seichter, also Nukleum werden wir da wahrscheinlich nicht sehen oder zumindest nicht gewinnen sehen, aber ja, ich kann mir irgendwie, ich weiß auch nicht so genau, irgendwas stört mich an dem Spiel, bei dem ich glaube, es könnte für die breite Masse, für die das Kennerspiel ja nun einmal ist, es könnte irgendwie nicht geeignet sein oder es könnte irgendwie, es fehlt aus oder es ist, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht das Wort Balancing aussprechen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht rund genug ist in Summe. Aber es hat hier sieben Stimmen bekommen, meine bekommt es tatsächlich nicht, auch wenn ich es gut finde, aber ich glaube, für diese Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres Kategorie kommt es nicht in Frage. Dann haben wir hier als zweites auch Mischwald mit sieben Stimmen. Mischwald auf jeden Fall, safe bin ich dabei. Das bekommt auch definitiv, also ich kann mir gar nicht anders vorstellen, dass das nicht nominiert wird, es muss nominiert werden. Mischwald, ein super kleines Kartenspiel, bei dem wir Bäume ausspielen können und an diese Bäume dann mal links, rechts, oben und unten verschiedene Tierarten ausspielen können und mit diesen Tierarten dann ja über Set Collection, über andere Boni Punkte machen können. Es gibt noch so eine Auslage, bei der man sich ja Karten nehmen kann, Karten wieder drauflegen kann und so. Ein ganz tolles Spiel, muss man sagen, richtig schönes Kennerspiel und ja, zu Recht wurde das von jedem Kanal genannt und das hat auch jeder gespielt, muss man sagen, bei uns in der Bubble. Ja, definitiv ein Hit, muss man sagen. Dann, das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass hier Heat mit sechs Stimmen dann dabei ist. Heat, ein Autorennspiel, bei dem wir durch cleveres Handmanagement, wir haben quasi ein Deck mit, ja, so Geschwindigkeitskarten, manchmal auch so Spezialkarten und das müssen wir schlau managen, das müssen wir schlau, wir müssen schlau in bestimmten Momenten bestimmte Karten ausspielen, damit unser Auto auf Geraden möglichst schnell ist und in Kurven möglichst effektiv durchkommt. Und ja, es ist ein wirklich schönes Spiel, das kann man mit fünf Leuten spielen, ist so ein bisschen Flamme Rouge quasi in Anders und das ist irgendwie cool, es macht auch Spaß, aber mich wundert, dass das so gut ankommt. Also mir gefällt das auch, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so der absolute Hit ist. Es ist natürlich ein bisschen Outstanding, weil diese Rennspiele, von diesen Rennspielen gibt es nicht viele zugängliche, es gibt natürlich noch andere Rennspiele mit dieses Ready GT und dann gibt es noch so ein anderes, aber die sind alle nicht so super zugänglich und Heat macht das Ganze schon relativ zugänglich, aber ich muss auch sagen, zum Beispiel die Anleitung von Heat fand ich eine Katastrophe, muss ich sagen. Ich finde tatsächlich auch die Box für das, was es bietet, ist einfach viel zu groß, viel zu riesig. Ich finde, die Strecken sind nicht so super unterschiedlich genug, als dass sich das lohnen würde, irgendwie jeden Tag eine andere Strecke zu fahren. Ich finde, ja, also weiß ich auch nicht so genau. Ich finde es gut, aber ich würde es nicht auf der Nominierungsliste sehen. Ich würde es auch nicht unbedingt auf der Empfehlungsliste sehen. Ich finde es ein gutes Game, aber es reicht halt tatsächlich irgendwie nicht so langfristig für mich. Dann haben wir die Weiße Burg. Ja, die Weiße Burg, ein ganz tolles Spiel von Cosmos. Ich habe auch, könnt ihr nochmal gucken, ich habe eine Rezension, eine Regelerklärung gemacht, kam auch wirklich richtig gut an, das Video. Da habe ich auch schon gemerkt, dass das Spiel auch wirklich richtig gut ankommt. Und das ist so ein, ja, so ein typisches, ich muss halt in super wenig Zügen das Maximum rausholen und möglichst irgendwie in jeder Aktion noch eine Bonusaktion triggern. Und ich muss das alles richtig hart optimieren. In so einem richtig coolen Setting, bei dem wir so ein Daimyo erreichen wollen in so einer Burg und dann irgendwelche People auf die Plätze, auf die Übungsplätze schicken können und dann noch so in den Garten gehen können, um uns da Boni zu holen. Ja, ein richtig tolles, ja, es ist ein Worker-Placer im weitesten Sinne irgendwie schon. Es ist eigentlich ein Dice-Placer, um es genau zu nennen. Und ja, safe. Also er wird meiner Meinung nach nominiert. Ist auf jeden Fall das Spiel Nummer 1, wo ich sage, das wird nominiert und das hätte ich auch gerne nominiert. Und ja, ich weiß gar nicht, es sind nur bei sechs Kanälen ist es aufgeführt. Ich weiß, müsste man mal nochmal schauen, wer das nicht aufgeführt hat. Ja, hat es wohl anscheinend nicht gespielt, aber kann ich mir nicht vorstellen. So, dann haben wir hier, jetzt haben wir hier schon wieder Sky-Team. Das heißt, Sky-Team ist tatsächlich so ein bisschen in, ja, es hat in beiden Sparten, also Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres, anscheinend seinen Platz gefunden. Wir haben hier einmal fünf Nominierungen. Bei dem Spiel des Jahres hatten wir schon Nominierungen. Das heißt, ja, YouTube, wir Content-Creator sind uns wohl nicht so ganz einig, in welche Sparte man das einordnen sollte. So, was ich gehört habe, ich habe es ja selber nicht gespielt, glaube ich schon, dass es eher ein Kennerspiel ist und kein Spiel für das Spiel des Jahres. Daher, ja, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, wenn es nicht wie ein Spiel des Jahres nominiert wird, was ich ja auch gesagt habe, dass es das wird, dann wird safe im Kennerspiel des Jahres nominiert. Also in eine der beiden Kategorien, da ich selber nicht gespielt habe, kann ich schlecht einordnen, aber es glaube ich schon. Mit fünf Stimmen war das ja auch nur. Also das heißt, auch zwei Leute hatten es nicht dabei. Wahrscheinlich hatten sie es ins Spiel des Jahres. Dann haben wir die E-Mission von Schmidt-Spiele, der große kooperative Umweltkracher, sag ich mal. Ein Spiel, bei dem wir ja zusammen die Welt retten wollen. Wir wollen ja die, dass, wir wollen verhindern, dass die Temperatur so weit ansteigt, dass, ja, das Klima kippt. Und das tun wir, indem wir verschiedene Karten in unser Board spielen, indem wir verschiedene Nationen spielen und dann, ja, zusammenarbeiten müssen, um, ja, möglichst irgendwie die CO2-Belastung runterzudrücken. Sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Ich habe es auch gespielt. Ich habe es ja auch einmal kurz vorgestellt. Und, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das nominiert wird zum Kennerspiel. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es gewinnt. Auf die Empfehlungsliste würde ich sagen, geht es safe. Ich glaube, dass es einfach für die breite Masse vielleicht einfach ein bisschen zu teuer ist. Wobei Schmidt-Spiele schon auch ja ein Verlag ist, der in der breiten Masse bekannt ist und der dann auch ganz gerne mal gekauft wird, wenn da was Neues kommt. Ja, ich bin unsicher, aber ich gebe auf jeden Fall mit, dass das hier mit fünf Stimmen dabei ist, relativ weit oben, würde ich sagen. So, dann kommen wir noch zum, mit dem Spiel mit vier Stimmen und das ist Tribes of the Wind. Tribes of the Wind, ein unglaublich gutes Spiel, muss ich sagen. Also, da geht nichts drüber. Ich glaube auch, das wird nominiert und ich hätte gerne, dass es nominiert wird, weil es ein wirklich tolles Spiel ist, bei dem wir, ja, ganz witzig, halt so Karten auf der Hand haben, beziehungsweise in so Kartenhaltern und die anderen Spieler sehen quasi immer, was für Farben wir auf der Hand haben. Wir sehen, was für Farben wir auf der Hand haben und welche Effekte diese Karten haben. Und diese Effekte auf den Karten beziehen sich dann auch immer auf das, was meine Nachbarn auf der Hand haben. Und so versuche ich immer im richtigen Moment die richtigen Karten zu spielen, wenn meine Nachbarn gerade, ja, bestimmte Farben nicht haben oder bestimmte Farben besonders viel haben. Und so versuche ich dann, ja, die Welt zu retten. Natürlich wieder, es geht um das Thema Umwelt, es geht um das Thema Verschmutzung und dann versuchen wir, ja, diese Verschmutzung zu beseitigen. Wir versuchen dort, ja, schöne Siedlungen aufzubauen. Ein sehr schönes Spiel, muss man sagen. Es macht sehr viel Spaß. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen länger in der Community bekannt, aber kam dann halt irgendwann ein bisschen später auf Deutsch. Und ja, das muss nominiert werden. Da wünsche ich mir, dass es nominiert wird. Das ist dann tatsächlich, ja, mein zweites Spiel oder ja, schon das dritte Spiel, wenn man Sky-Team noch dazu nimmt, bei dem ich sage, das sollte nominiert werden. Ja. So, dann kommen wir, ja, ich kann auch ein paar nennen, die jetzt so drei Stimmen bekommen habe. Zug-und-Zug Legacy, Pirates of Maracaibo, Helden müssen draußen bleiben, Djinn, Komet. Die habe ich tatsächlich auch alle gespielt. Nee, Helden müssen draußen bleiben, habe ich nicht gespielt. Ja, kann sein, aber da gehen wohl die Meinungen auseinander. Ich glaube, also Pirates of Maracaibo glaube ich halt gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass Djinn nominiert wird. Ja, dann gibt es so ein paar kleine, wo ich mich frage, okay, wieso haben die so wenig Stimmen bekommen? Sowas wie Cat in the Box wurde nur von zwei Kanälen genannt. Das ist doch ein super cooles Stichspiel. Super außergewöhnlich. Wir haben ein Stichspiel, bei dem wir die Farbe erst festlegen, in dem Moment, wo wir die Karte spielen. Und es hat nochmal so eine ganz andere Ebene, bei der wir bestimmte Stiche holen wollen und dann auf so einem Board markieren, mit welchen Karten wir welche Stiche holen, um dann da noch so eine Flächenwertung zu haben, um da nochmal extra Punkte zu lagen. Also es ist so ein Stichspiel mit einer weiteren Ebene und dann noch mit so einem What-the-fuck-Faktor, in dem Moment, wo wir ja vielleicht auch keine Karte mehr spielen können, weil es die in der Theorie nicht mehr gibt. Ganz, ganz tolles Ding. Habe ich auch ein Video dazu gemacht und da würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass es nominiert wird. Ja, aber man kann natürlich nicht jedes Spiel nominieren, denn es werden ja nur drei Spiele nominiert. Ja, was haben wir noch? Caper Europe, Bücher der Zeit, alles tolle Spiele. Revive, auch von einem Kanal genannt. Ja, Megaspiel, es wird auf die Empfehlungsliste kommen, aber es ist natürlich für eine Nominierung viel zu kompliziert, muss man einfach sagen. Nunattac wurde auch nur einmal genannt. Da habe ich mich gewonnen. Das ist auch wirklich ein sehr schönes, ja, ich würde fast sagen, das ist ein Familienspiel eher. Also ich hätte es auch eher in die Familienspielrichtung gepackt. Nucleum, auch einmal genannt, wird nicht nominiert werden. Ist einfach viel zu, ja, viel zu kompliziert auch. Dann, ja, Barcelona, auch so ein Hidden Gem, würde ich sagen. Barcelona wäre auch richtig toll, wenn das nominiert werden würde. Und das geht gerade noch vom Schwierigkeitsfaktor. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie reinkommt. Und dann ist hier tatsächlich ein Spiel nicht dabei, bei dem ich mich gefragt habe, wieso ist das, wieso hat das keiner auf dem Setting gehabt? Nämlich Terra Pyramides. Terra Pyramides von Huch ist ein wirklich tolles Plättchenlegespiel, bei dem wir, ja, so Diagonalen, oder ja, wir müssen so Plättchen legen und je nachdem, in welche Reihe oder Spalte wir die legen, ähm, ja, führen wir dann so bestimmte Boni aus. Es sieht nicht besonders hübsch aus. Und dann versuchen wir noch, die Pyramiden so in die Höhe zu bauen, um da noch Punkte mitzumachen. Aber, ja, es funktioniert. Es ist für mich auch wieder so ein Spiel, was echt mit einem richtig geilen Design einfach noch mal ein bisschen geiler angekommen wäre und vielleicht einfach ein bisschen mehr Präsenz gehabt hätte. Da, ja, bin ich gespannt, ob das auf der Empfehlungsliste landet, weil, ja, das hat tatsächlich niemand hier irgendwie drauf. Ja, Kunden Aurora haben wir hier noch mit einer Stimme. Hegemonie, ach, glaube ich gar nicht. Far Away, glaube ich auch gar nicht. Aber das gibt es auch nur auf Englisch. Dann tatsächlich auch nur einmal Erde. Erde ja so ein bisschen der, ja, wie soll man das sagen, ist das so ein, das Wohlfühlspiel ist es. Wir, wir bauen, ja, wir müssen so ein Grid uns bauen mit Karten und wir bekommen bei jeder Aktion einfach unglaublich viel Kram. Fühlt sich dann irgendwann vielleicht ein bisschen beliebig an, aber wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann kann man schon ganz gut einschätzen, wann etwas gut ist. Also wann, wann man viele Punkte durch Kram bekommen hat oder wann man nicht so viele Punkte durch Kram bekommen hat. Dann fühlt sich das auch nicht so beliebig an. Das ist, glaube ich, eher was für Leute, die das immer und immer wieder spielen und sich dann so ein bisschen betteln. Ja, hat auch nur eine Stimme bekommen, habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Ja, und das ist so ein bisschen die Übersicht, die ich euch geben wollte zu den Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres Nominierungen. Und schreibt doch gerne mal in die Comments, welche Spiele ihr gerne nominiert hättet. Habt ihr vielleicht irgendwelche Spiele auf dem Zettel, bei denen ihr sagt, ah, das habe ich auf YouTube noch gar nicht gesehen, da hat irgendwie niemand drüber gesprochen, aber das ist so ein tolles Spiel, das hätte nominiert werden müssen oder das muss nominiert werden oder zumindest auf die Empfehlungsliste gesetzt werden. Da bin ich sehr gespannt, was ihr da so schreibt. Und dann, ja, ich werde mir die Spiele natürlich dann auf jeden Fall angucken, die ihr da so vorschlagt. Und ja, ich bin auch sehr gespannt dann auf Dienstag. Ich melde mich dann im Laufe der nächsten Woche oder übernächsten Woche nochmal mit einem kleinen Video, bei dem wir das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen und ein bisschen drüber quatschen, was wir gut finden, was wir nicht so gut finden und gehen so ein bisschen die Empfehlungslisten dann einmal durch. Und ansonsten war es das mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten beziehungsweise, ja, ein bisschen, ja, auch informieren, was hier so abgeht. Und ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat und jetzt noch ein weiteres Video guckt. Ich hatte hier zwei Vorschläge. Einmal ein gespielt Video aus den letzten Tagen und Wochen. und da stelle ich sieben Spiele vor, die ich kürzlich gespielt habe. Und da erzähle ich euch ein bisschen, wie mir die Spiele gefallen haben und hier unten ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Schaut einfach mal rein oder stöbert auf meinem Kanal ein bisschen rum. Es gibt noch so viele coole Brettspiel-Videos hier. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.